Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und schaut euch wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine kleine Folge von meinem Gold-Teigebuch. Ich war die letzten zwei Wochen wieder ein wenig fleißig, habe das eine oder andere Gold erspielt und was ich so gemacht habe, wollen wir uns heute mal angucken. Wir waren das letzte Mal, gucken wir mal rein, auf beiden Accounts zusammen insgesamt bei, dass ihr es hier vernünftig seht, scrollen wir ein bisschen runter, wir waren bei 28 Millionen und hatten in der letzten Periode, was immer zwei Wochen sind mittlerweile bei mir, 5,2 Millionen Gold gemacht. Das war sehr viel, also sprich, wenn ihr seht, da waren es mal, hier waren es mal immer so eine Million, zwei Millionen, mal drei und dann sind wir hier auf fünf hoch. Das liegt hauptsächlich daran, weil ich relativ viel Gold über Vision Boosts gemacht habe und über andere Geschichten und eher weniger über Berufe tatsächlich. Die Woche war es tatsächlich auch so und zwar habe ich einiges geboostet, unter anderem waren es, ja, Visions, die ich geboostet habe und zwar sehr, sehr viele. Ich glaube, in den letzten drei Tagen habe ich allein 8 Visions geboostet, A, 250k, ne, bist du halt alleine schon damit bei 2 Millionen Gold dabei. Dann habe ich andere Sachen geboostet wie PvP-Achievements, ne, mit diesem Diener von Ensort, dann waren es Geschichten dabei wie Freehold auch mal noch, dann waren Raid-Achievements habe ich geboostet tatsächlich, dann waren es ein paar Mauns, Aschenfellmuschan, Geschichten wie die Biene und sowas. Also da bin ich relativ breit aufgestellt, aber vor allem über Visions habe ich tatsächlich am meisten Gold gemacht. Die muss sich sowieso laufen, fünf Maskenruns, da gibt es relativ viel Gold und vor allem SW lief tatsächlich jetzt wesentlich besser als OG, weil ich da einfach mehr Anfrage hatte. Ich denke mal, da gibt es wenige Konkurrenz. Viele finden SW halt ein bisschen schwieriger. Genau, wir sind jetzt durch die Boost-Sachen hier auf Main-Account bei 21,6 Millionen Gold. Das ist ein erheblicher Sprung. Wie gesagt, wir waren hier im letzten Zeitraum auf 16,5. Also da haben wir einiges plus gemacht. Jetzt machen wir hier bloß Woche 27 plus die Woche 28 rein. Und wir haben aber zusätzlich noch ein bisschen Gold auch aus dem Auktionshaus generiert. Heißt, wir haben da Leder- und Schmiede-Items verkauft. Ihr wisst, letztes Mal haben wir, glaube ich, 600, 700.000 Gold gemacht. Das ist extrem eingebrochen. Das Problem ist, ich kann euch jetzt mal was zeigen. Deswegen ist es immer wichtig, dass man sich breit aufstellt und nicht nur auf eins geht. Die Berufs-Items sind leider hier auf Antonidas eingebrochen, wie nochmal was. Ihr seht, hier geht es bei 900 Gold los, 1000 Gold. Da ist kaum Gewinnspanne drin, 2000. Und dann sind es jetzt hier noch ein paar Items, die ein bisschen mehr wert sind. Und da macht man wirklich Gewinn. Aber bei den allermeisten hier unten ist leider die Gewinnspanne sehr, sehr niedrig. Ich habe jetzt nicht noch einen Reset gemacht. Man hätte jetzt hergehen können und sagen, okay, ich mache jetzt noch einen dritten oder vierten Reset. Aber ganz ehrlich, ihr seht, hier habe ich auf dem Twink, habe ich nur ewig viele Items. Ich glaube, ich habe sogar auf zwei Twinks noch einen Haufen Items zwischengelagert. Ich weiß gar nicht, welcher es ist. Wo haben wir noch einen Twink, wo wir auch nochmal Items dazwischen gelagert haben. Hier ist es, der zweite Twink. Ich habe schon sehr, sehr viele Items nochmal zusätzlich von anderen Resets. Wenn ich jetzt noch mehr kaufe, ich muss irgendwann gucken, dass ich die loswerde. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Sachen einfach abzuverkaufen und erstmal nicht zu resetten. Und dementsprechend haben wir leider auch nicht sonderlich viel Gold auf Antonidas gemacht. Und ich habe jetzt gemerkt, es sind nicht nur die Leder- und Schmiede-Items sehr günstig geworden, natürlich auch die Schneider-Items. Also mit meinem Schneider-Char auf Antonidas habe ich auch fast kein Gold gemacht. Solltet ihr jetzt auf Antonidas sein und überlegen, in das Business einzusteigen, kann ich euch leider im Moment nur von abraten. Andere Server, also auf anderen Servern sieht es natürlich ein wenig anders aus. Gut, wir gucken jetzt mal rein, was wir hier gemacht haben. Wir haben 142 Verkäufe. Ihr seht hier an der ersten Seite sind es in Anführungszeichen magere 160 Gold. Und ihr seht schon, an was das liegt. Es sind hier im Schnitt vielleicht 1000 Gold, was ich pro Item rausziehe. Manchmal sind es halt auch nur 700 Gold. Da macht man halt definitiv Minus. Ich habe mich aber dennoch entschlossen, das Zeug wegzuverkaufen, weil ich einfach zu viel von dem Mist habe. Und wenn ich es jetzt noch länger bunker und drauf gamble, dass die Preise wieder hochgehen, ohne dass ich es selber resette, dann werde ich es vielleicht auch gar nicht mehr verkaufen. Das ist halt auch immer so ein bisschen die Gefahr an der Geschichte. Und ja, wie gesagt, von anderen Servern macht man tatsächlich ein bisschen mehr. Hier auf Antonidas sieht es halt gerade schlecht aus. Aber deswegen stelle ich mich halt breit auf. Und ihr habt gesehen, mit den Boost-Geschichten habe ich sehr viel Gold verdient. Und dementsprechend kann ich mich jetzt nicht beklagen. Das ist natürlich schade, dass ich hier auf meinem Main-Server über die Berufe nicht so viel mache. Aber ja, das ist Jammern auf hohem Niveau, würde ich jetzt mal behaupten. So, dann tüten wir jetzt mal die ersten paar 100k, 160. Und wir haben nochmal 120 drin. Okay, ja, hier, das sind die älteren Sachen. Da waren die einzelnen Items noch ein bisschen mehr wert. Da sind wir vielleicht im Schnitt bei eher 2 bis 3k. Was haben wir jetzt gemacht? Auf jeden Fall über 200k. Das ist jetzt nicht viel. Wie gesagt, in der vergangenen Periode haben wir irgendwie 700k gemacht. Jetzt haben wir 280. Ist jetzt nicht krass wenig, aber ist halt jetzt auch nicht gut tatsächlich, wenn wir es jetzt sonst vergleichen. Gut, damit sind wir jetzt auf Antonidas bei 21,9 Millionen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe hier noch ein bisschen Gold auf anderen Chars rumflacken. Also sind wir jetzt hier auf dem Main-Account bei 22 Millionen. 22,41. Das tragen wir schon mal ein. 22,41. Ja, das ist doch ein guter Sprung, den wir da gemacht haben. Das sind über 5 Millionen Gold. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Heißt, alleine damit haben wir schon mal sehr, sehr gut was erwirtschaftet. Jetzt würde ich sagen, guck mal nochmal auf meine anderen Accounts oder auf meinen anderen Account im Singular quasi. Ich habe ja nicht mehrere tatsächlich. Also ich habe ja nur zwei dementsprechend. Da waren wir bei 11,611.000. Natürlich haben wir da wieder einiges investiert. Vor allem, ich bin ja auch auf ein paar neuen Servern unterwegs. Und dementsprechend werden wir da einen Ticken erstmal ins Minus gegangen sein. Genau, 11,2. Und da waren wir auf 11,6. Also 400k haben wir etwa investiert. Mal gucken, ob sich das rentiert hat. Das hier ist jetzt mein erster Char of Antonidas. Mit dem verkaufe ich Transmog. Da waren wir ja in der letzten Periode bei recht viel Gold. Diesmal hatten wir tatsächlich nichts teures verkauft. Nur lauter Kleinmist. Aber immerhin 32.000 Gold. Kann ich mir jetzt nicht beschweren dafür, dass es hier wirklich 50 Gold, 20 Gold, 9 Gold, 8 Gold. Dann ist mal hier so irgendwelche Armschienen für 4.000 dabei. Also das ist halt sehr, sehr viel Kleinmist, den ich da ins Auktionshaus haue. Sehr viel Transmog, irgendwelche Mattgeschichten, die ich irgendwo bekomme. Und das ist eigentlich so der Crap, den ich versuche einfach nur loszuwerden. Und ja, da macht es halt tatsächlich auch so ein bisschen die Masse. Und ab und an kriegt man dann auch mal einen Transmog für 10, 20, 30, 50, 60k verkauft. Ist zwar eher seltener. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 2 oder 3 Teile, die über 30.000, 40.000 wert waren. Und da kommt dann natürlich was zusammen. Aber ja, man hat natürlich nicht jede Woche das Glück, dass man sowas an den Mann oder an die Frau bringt. Jetzt, wenn wir hier reingucken, wenn ich hier runterscroll, das sind, glaube ich, weit über 1.000, 2.000 Items, die ich da drin habe. Also ab und an verkauft sich halt immer was. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter auf meinen Schneider-Char. Und während man da einloggt, kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Was ich jetzt auch noch nebenbei gemacht habe, ist die letzten Tage, ist nämlich ein Event, das nennt sich die Kinderwoche. Und dann kann man sowohl in Boralus als auch in Dazaalor, ich kann euch das mal zeigen, also in Boralus geht quasi die Quest hier los. Und in Dazaalor geht die Quest bei der Horde, dass ich euch das jetzt richtig zeige. Hier unten müsste das Waisenhaus sein, da müsst ihr einfach reingehen. Könnt ihr eine Quest annehmen, müsst ihr fünf Quests machen, begleitet ihr so ein kleines Kind quasi an verschiedene Punkte. Und am Ende könnt ihr euch dann eins von vier Pets aussuchen. Das Ganze dauert etwa 10-12 Minuten, also auf der Allianzseite bei der Horde ist es wahrscheinlich ähnlich lang. Und dann bekommt ihr einen Pet. Und diese Pets habe ich jetzt, ja, doch relativ ausgiebig gefarmt. Ihr seht, ich habe hier eine im Innovationshaus drin. Hier auf Antonidas so, ja, manche sind hier so 25k knapp wert, einige sind schon ein bisschen runter auf 15, oder? Wo sind, ne, sind eigentlich alle hier so auf, warte mal, die müssten noch da unten noch sein. Hier, genau, der Krebs ist nur 15 wert. Ich habe dort tatsächlich noch ein paar mehr gefarmt. Also ich habe von den, also von jedem Pet, glaube ich, so sechs, sieben Stück mittlerweile. Ich habe noch ein paar auf der Bankflacken. Acht Stück habe ich sogar. Und ich habe auch noch welche, meine ich, hier im Pet Journal. Also ich habe mir wirklich so 30, 40, 50 Pets gefarmt insgesamt tatsächlich. Und ja, ein paar habe ich schon verkauft tatsächlich. Aber einige werde ich mir auch einlagern. Jetzt werden sicher die Preise die nächsten Tage gut runtergehen. Und das kann ich euch auch empfehlen. Eine knappe Woche habt ihr jetzt noch Zeit. Bis hier zum siebten. Und ja, farmt euch ein paar Pets. Haut die euch auf die Bank. Verkauft die in zwei, drei Monaten vielleicht. Und dann macht ihr vielleicht das eine oder andere Gold. Gut, jetzt weiter hier im Text mit meinem Schneider-Chall. Ihr seht, mit dem habe ich innerhalb von zwei Wochen tatsächlich nur 43k gemacht. Weil die Schneider-Items auch extrem eingebrochen sind. Ich habe einen Haufen im AHA. Aber die meisten Sachen kosten nur noch um die 1000 Gold rum. Oder verkaufen sich tatsächlich gar nicht. Und das meiste Gold habe ich mit den 4Z-Muts gemacht. Also die 13k, die ihr gesehen habt, waren 4Z-Muts. Also hier kam auch nicht viel rüber. Das ist halt die Geschichte. Auf Antonidas ist im Moment Berufe leider ein wenig eingebrochen. Oder fast sogar ganz tot, muss ich leider sagen. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, wird es sich vielleicht wieder normalisieren in ein paar Wochen. Wir werden gucken. Aber ich werde sicher nicht mehr resetten, weil sich das dann nicht lohnt. Dann bleibe ich auf zu viele Sachen hocken. Was ich euch auch noch zeigen kann. Ich habe auch noch hier was anderes mir geholt. Und zwar hier, genau. Ich habe mir den grausigen Grell geholt. Den habe ich mir für 170.000 auf einem anderen Server gekauft. Auf Thrull. Weil da habe ich Gold bekommen für eine Boost-Angelegenheit. Ich habe da zwar einen Char, aber auf Thrull kann ich nicht so wirklich was anfangen mit dem Gold. Deswegen bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, komm. Ich schaue da nach Pets. Da gibt es ja dieses TSM-Pet-Compare. Das hatte ich euch schon mal in einem älteren Video gezeigt. Geschaut, welche Pets auf Thrull günstiger drin sind. Und auf Antonidas teurer, wo ich eine Gewinnspanne habe. Und habe mir das Pad gekauft, um dementsprechend da noch ein bisschen Gold zu machen. Ich glaube, ich habe mir sogar noch ein zweites Pad gekauft. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier irgendwo drin habe. Den hier, ja, so einen komischen Geist. Den habe ich mir, glaube ich, für 7k gekauft. Der ist jetzt hier für 16k auf Antonidas drin. Mal gucken, ob ich die demnächst verkaufen kann. Ich schätze mal, der grausige Grell wird wieder ein paar Monate dauern, bis ich den in den Mann bringe. Ähnlich war es damals bei mir mit, ich glaube, dem Auge der Legion. Das hatte ich mir immer gekauft. Das ist ja auch eins von diesen TCG-Pets. Die sind immer relativ teuer, brauchen dann aber auch relativ lang zum Verkaufen. So, das ist mein Char mit Inji und Juve. Da verkaufe ich nur so ein paar Inji-Flinten. Haben wir auch nicht viel gemacht. 28k ist jetzt, ehrlich gesagt, auch nicht das große Gold. Aber, naja, ich will nicht motzen. Es summiert sich natürlich auch zusammen. Und auch das ist leider auf Antonidas ein bisschen zurückgegangen. Und ja, ich hoffe, dass das die nächste Zeit wieder ein bisschen anziehen wird. Genau. Und sonst, ja. Ich habe übrigens die Woche auch einen ziemlichen Mist gemacht. Oder die zwei Wochen sind es ja. TSM hat sich bei mir einmal ein bisschen aufgehängt gehabt. Und dann ist die Preissource nicht rausgezogen worden vom Add-on. Also es gibt hier, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, es gibt so eine TSM-App. Die hat man auf dem PC drauf. Die sieht so aus. Und die zieht quasi die Preisdaten für die ganzen Items raus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier drüber... Warte, mal ziehen wir das mal hier rüber. Wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann sagt er mir, dass dieses Item ist minimal, Verkaufspreis 8 Silber, Marktwert sind 40, regionaler Marktwert, also das sind alle EU-Server, 1 Gold 10 und so. Also diese ganzen Preisdaten, woraus quasi auch TSM dann die Verkaufswerte berechnet, zieht das Add-on über diese Desktop-App quasi. Und ich weiß nicht, irgendwas hat rumgespackt und es hat mir die Daten komplett verhauen und dann hat es alles extrem günstig ins AHA gehauen. Und ja, da habe ich gut Gold verloren. Jetzt schauen wir mal, was hier mein Inschriften-Char hat. Oh, der Inschriften-Char hat tatsächlich ein bisschen Gold gemacht. Mit dem habe ich Inschriften-Geschichten im AHA, also sprich diese Trinkets, die 400 Trinkets. Und was habe ich noch drin? So ein paar Schildhände. Und das ist gar nicht mal so schlecht, 148k war zwar auch schon mal mehr, aber ja, zumindest besser als bei den anderen Chars. Genau, und was ich dann das Problem hatte, ich hatte mit meinem Main-Char, der ja Schmied ist, noch ein paar teurere Transmog-Sachen, die ich mir mal gecraftet hatte, auch im Auktionshaus. Und habe die halt neu eingestellt und die waren halt, weil sie nicht, also der Wert ist ja immer schwierig zu bestimmen von diesen Sachen, aber laut durchschnittlichem U-Wert wären die Sachen so 30, 40, 50, 60.000 Gold wert gewesen. Für wie viel hat es das Addon dann zu H gestellt? Für 1.000 Gold. Die waren innerhalb von einer Sekunde weg. Da hat einer reingesnipet, hat er halt Items im Wert von 200.000, hat jemand halt gesnipet für 3.000 Gold insgesamt, ne, die drei Items. Das war halt sehr bitter, habe ich mich den ganzen Tag drüber aufgeregt, aber ich sage mal so, ja, ob die Items das wirklich wert gewesen wären, wahrscheinlich hätte ich sie vielleicht für 30k oder so pro verkauft, aber trotzdem, es ist halt, es ist halt im Anführungszeichen verlorenes Gold. Ist halt ätzend, wenn man halt auf ein Addon vertraut und dann irgendwie Bugs gibt, die Preissource nicht richtig rauszieht, man dann natürlich, klar hat man eine Eigenschuld dran, dass man nicht jedes Mal drüber schaut, über die Preise es einfach rein stellt und dann ist es halt weg, ne. Ich denke mal, die Leute, die TSM benutzen, wissen es, man hat ein paar hundert Items, die man reinhaut und dann klickt man das einfach durch und schaut jetzt nicht mehr, bei jedem Item passt der Preis, also zumindest mache ich es nicht, man sollte es vielleicht machen, weil es können so Fehler auftreten und dann hat man den Salat quasi und, ähm, ja, haut dann vielleicht irgendwas raus, was man eher nicht für so einen günstigen Preis hätte rausgehauen. Gut, dann sind wir jetzt hier auf Blackmore und da habe ich meinen VZ-Char bzw. Inji, mit dem verkaufe ich so Inji-Waffen und ein paar VZ-Stäbe und, ja, auch ein paar VZ-Muds, wie ihr hier seht, mal 2000 Splitter, mal 1000 Splitter, da kommt schon ein bisschen was zusammen und der hat auch noch ein bisschen so allgemeines Transmog, was halt auf Blackmore so angefallen ist. Der hat jetzt ganz okaye Werte tatsächlich, also da kann ich mich jetzt nicht beschweren, über 100k war da eingenommen. Blackmore läuft tatsächlich besser als Antonidas und zwar um ein gutes Stück. So, dolla, da haben wir noch so ein paar kleine Transmog-Geschichten, die lassen wir jetzt aber hier, dann locken wir mal weiter. Ah, hier kann ich ja nicht instant ausloggen. Gut, wir fliegen einmal hoch, dass wir uns die Auslog-Zeit sparen. Schauen wir mal, was wir jetzt schon eingenommen haben. Ah, wir sind jetzt schon wieder quasi auf 0 raus, ne? Also 11, 11, 6 haben wir jetzt schon wieder. Jetzt stelle ich mal bloß meinen anderen Schader ein bisschen weg, weil da irgendwie einer immer mit komischen Geräuschen rumläuft. Das nervt ein bisschen. So, wir gehen da rum. Achso, was ich euch noch zeigen kann, mir haben ja noch zwei Pets gefehlt gehabt, wo ich mir überlegt habe, ob ich mir die kaufen soll. Aus den Paragon-Kisten von den Rajani und von der, also aus der Paragon-Kiste von den Rajani und von der Paragon-Kiste aus Uldum, von dem Abkommen von Uldum. Die habe ich mir jetzt geholt. Ich habe nur indirekt Gold für bezahlt. Und zwar hatte ich jemanden, der mich angefragt hat wegen einem PvP-Boost. Und der hatte aber kein Gold auf Antonidas. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, okay, du kaufst mir einfach die zwei Pets bei dir auf dem Server. Ich booste dich quasi. Und dann machen wir das so und er gibt mir die Pets. Jetzt habe ich die Pets fertig. Jetzt fehlt mir nur noch Yenafur und der Murky. Die kannst du ja beide gerade nicht erspielen, weil Yenafur so ein Rätsel-Pet ist. Das ist einfach nicht gelöst. Und das eine ist hier der von BlizzCon 2005, das Pad. Also die anderen Pets habe ich alle. Musste ich mir jetzt nicht für Gold kaufen, sondern habe ich halt jetzt anderweitig gelöst. Sonst hätte ich halt wieder Gold auf irgendeinem Server gehabt. Ich glaube Frostwolf war es in dem Fall, wo ich dann wieder gucken muss. Hätte ich mir auch wieder so ein Pad kaufen können, so ein TCG-Pad, das wieder herhandeln, wieder zwei, drei Monate warten, bis ich es verkauft kriege. Also da war es mir sogar lieber. Ich habe meine Pets und muss nicht dafür Sorge tragen, dass ich wieder das Gold rüber gehandelt kriege. Das ist immer ganz praktisch, wenn man dann solche Deals machen kann. Gut, dann sind wir jetzt hier auf meinem Inschriften- und Schneider-Char auf Blackmore. Ihr seht, er hat schon einen Haufen Stoff hier noch rumliegen. Da haben wir auch 137. Ja, das ist jetzt auch nicht so krass viel. War auch schon mal besser und ich sehe gerade, warum habe ich denn hier das Hochkompendium für 1, 2 verkauft. Okay, da müssen wir auch mal wieder gucken. Da haben wir tatsächlich ein paar Sachen relativ günstig reingehauen. Aber ihr müsst sehen, die Dingspreise sind auch runtergegangen, die Pflanzenpreise. Die sind jetzt hier auf Blackmore teilweise auf unter 10 Gold mal gesunken und dann lohnt sich das tatsächlich schon. Gut, dann haben wir noch einen Char hier auf Blackmore und zwar der, mit dem ich tendenziell immer am meisten Gold mache und zwar meinen Schmiede- und Lederer-Char. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt selber gespannt, weil ich noch gar nicht so genau geguckt habe, was der so eingenommen hat. Und mit dem habe ich auch einen kleinen Gold-Trade gemacht gehabt. Und zwar habe ich eine Anfrage gekriegt, also was ich ja auch schon gemacht habe, dass ich Gold von Server zu Server-Trade und dann halt so eine kleine, ja, so eine kleine Gebühr verlange. Heißt, das machen ja viele Leute quasi, dass sie so Server-Gold-Trades machen. Ich habe das jetzt auch gemacht. Und habe von Eredar, habe quasi von Eredar auf Blackmore Gold-Trade, also die Person hat auf Eredar das Gold bekommen und ich habe dafür das Gold auf Blackmore bekommen. 10% habe ich genommen dafür. Ist, ja, schnell verdientes Gold. Es waren, glaube ich, 600.000 Gold, die ich gehandelt habe. Und da musste ich tatsächlich gucken, dass ich auf Eredar fast meinen kompletten Postkasten ausräume, weil ich ja Eredar jetzt erst neu angefangen habe, groß mit Berufen was zu basteln. Und dementsprechend hatte ich da das ganze Gold nicht so vorliegen, sondern ich musste da meinen Postkasten vorher schon mal auslernen. Deswegen werden wir jetzt, wenn wir gleich auf Eredar gehen, da nicht mehr viel rausholen. Aber der Char hat jetzt 3,2 Millionen Gold, 600k kamen da halt dazu und das ist ein ganz netter Push gewesen. Und wir haben im Briefkasten 106 Mails, 242k, ist jetzt auch nicht übertrieben viel, aber ist okay. Vor allem, ihr müsst bedenken, was ich vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt hatte, was ich im Moment nicht mehr mache, ist, dass ich, ich habe davor bei den Charts 2-3 Mal am Tag einen Reset gemacht, also die Items rausgenommen, wieder neu eingestellt. Im Moment mache ich es so, dass ich die Items nur einmal am Tag wieder aus dem Postkasten nehme und wieder neu einstelle, weil ich halt zeitlich einfach nicht dazukomme, weil ich jetzt so viele Charts habe und vor allem, weil ich nebenbei immer noch das Expulsum schaffen muss. Jetzt habe ich die ganze Woche geguckt, dass ich auf allen Charts wieder so ein bisschen Expulsum habe, dass ich das nicht mehr machen muss. Jetzt, wenn ihr seht, alle haben so um die 150, 200 Expulsum. Da kann man schon wieder ein bisschen von leben, in Anführungszeichen. Aber wenn ich natürlich nebenbei die ganze mit dem Charts Expulsum schaffe, heißt Handgelenke herstelle, die zu dem Charts schicken, mit dem wieder klein mache, dann komme ich nicht dazu, so viele zu reposten. Wenn man halt dann, ja jetzt, 12 Charts habe ich jetzt auf dem zweiten Account, die ich bedienen muss, beziehungsweise sogar 13, wenn ich den einen noch dazu nehme und da ist man dann eigentlich ständig nur am Expulsum schaffeln und kommt nicht mehr am reposten und dann hat man halt unterm Strich ein bisschen weniger mit den einzelnen Charts. Da muss ich mal gucken, ob sich das jetzt demnächst ein bisschen erhöht. Gut, jetzt sind wir schon bei 12 Millionen auf dem zweiten Account. Bin ja mal gespannt, was da jetzt auf Ereda und auf Equin haben wir noch, was da jetzt noch so dazukommt. Wie gesagt, auf Ereda musste ich, ja nach einer halben Woche würde ich jetzt etwa sagen, musste ich alles Gold, was ich hatte, rausnehmen aus den Postkästen, habe dann etwa die 600k zusammenbekommen und konnte dann den Trade machen und wie gesagt 600k, 10% könnte ich ausrechnen, habe einfach dadurch 60k plus gemacht und das Gold dann hier auf Blackmore gehabt, wo ich jetzt, ja, ehrlich gesagt habe ich es lieber auf Blackmore als auf Ereda, das Gold, weil auf Blackmore habe ich insgesamt mehr, da bin ich ja schon länger am Wirtschaften. So, dann machen wir jetzt aber erst noch Equin, bevor wir nach Ereda gehen. Und auch auf Equin musste ich zwischendrin mal das Gold rausnehmen und zwar einmal, weil ich nicht mehr genug Gold hatte, um quasi, ja, zu shuffeln, beziehungsweise Matzmar zu kaufen. Ich habe da relativ knapp kalkuliert gehabt und dann musste ich jetzt das Gold, was ich ja eigentlich immer in den Videos rausnehme, vorher schon mal rausnehmen, dass ich wieder neu investieren konnte. Das ist am Anfang immer ein bisschen knapp, weil man so von der Hand im Mund lebt, wenn man neu auf dem Server anfängt und noch nicht so ein großes Polster hat, das wird dann immer besser, wenn man schon länger auf den Servern ist, aber ja, deswegen werden wir da jetzt auch nicht so viel rausholen können. Und ich hatte eine Geschichte, auf Equin habe ich einen Bienenmount verkauft, tatsächlich, also dieses, diese Honig, ja nicht Honigrücken, irgendwas, Ernte heißt das Ding. Und da musste ich mir das Gelee beschaffen, das kostete natürlich auch ein bisschen Gold, dass ich das verkaufen konnte. Und da musste ich auch einmal den Postkasten quasi plündern, dass ich genug Gold hatte, um das wieder zu reinvestieren. Und ich habe 180k genommen, das hat genau der Char, also ich habe das mit dem tatsächlich gemacht. Und der hat jetzt hier nochmal zusätzlich ein paar Sachen im Postkasten, mit dem habe ich Schneider und VZ. Und dafür, dass ich Schneider und VZ habe, habe ich relativ viel Gold gemacht, 159.000, das ist doch ganz in Ordnung. Da kann man jetzt eigentlich nichts sagen, weil VZ ist auf den meisten Servern mies, leider, weil halt einfach die Splitterpreise so im Keller sind und Schneider leider auch. Schneider-Items gehen bei den meisten Servern nicht so gut. Gut, dann holen wir uns nämlich auch wieder ein kleines Polster hier ran, weil auf Equin war ich ziemlich blank tatsächlich, also da ging fast gar nichts mehr. Und wenn man natürlich dann Kunden für irgendwelche Mounts hat, wo man vorher selbst was investieren muss, bevor man sie verkaufen muss, ist es halt immer ein bisschen blöd, wenn man zu wenig Gold hat, dass man es dann am Endeffekt verkaufen kann. Also da muss man eigentlich immer ein bisschen gucken. Ich poste jetzt auf den Servern nicht so viel, aber wenn ich nebenbei am Shufflen bin, dann denke ich mir, ja, so, ich stehe eh in der Hauptstadt Shuffle, dann kann ich auch meine Makros posten und mache FinFight ab und an mal noch einen Kunden und kriege da ein bisschen was verkauft. So ein bisschen extra Gold nimmt man doch ganz gerne mit. Deswegen, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, was ich ja hier mit den Pads gemacht habe. Einfach diese Pads von den Kinderwochen mitnehmen, das ist ehrlich gesagt relativ easy gemacht, vor allem das kann man ziemlich gut 11k'en, vor allem bei der Allianz, muss ich sagen, weil diese ganzen Punkte, die man abfliegen muss, also es sind wie gesagt 5 Punkte, die man abfliegen muss, die sind genau neben den Flugmeisterposten und geht eigentlich nur immer her, spricht den Flugmeister an, fliegt an den Punkt, packt das Kind aus, fliegt mit dem Flugmeister zum nächsten. Und ich habe halt nebenbei hier so ein paar Sachen umgeräumt, ein paar Übungen gemacht und sowas und habe halt x Dinger gefarmt. Das war eigentlich ganz angenehm, dass das halt so passiv quasi diese Pads sich holen und ja, ich denke mal, die werden den Preis jetzt demnächst noch ein bisschen hochgehen. Okay, jetzt sind wir auf meinen Schmiede und Lederchar auf Equin und hier haben wir tatsächlich jetzt mal den Höchststand. 433.000 Gold ist hier drin und auch hier habe ich schon einiges rausgenommen, weil ich konnte die Items nicht mehr einstellen, ich war hier bei 0 Gold und ich musste einiges an Postgold rausnehmen, dass ich immer die Items wieder neu einstellen konnte, weil ich nichts mehr hatte, aber jetzt mit den 400k, die hier drin sind, denke ich mal, müsste das in dem nächsten 2 Wochen Zeitraum, dürfte das nicht mehr der Fall sein. Wenn ich jetzt hier so durchgucke, hier sind halt Sachen drin, 6.000, 4.000 und da unten noch teilweise teure. Ich sehe hier im Chat, habe ich gerade gesehen, auch teilweise 9.000, dass ich das verkauft habe. Da ist die Preislage halt wesentlich besser im Auktionshaus als jetzt auf Antonidas, wo da teilweise die Sachen nur noch für 1.000, 2.000 Gold rausgehen und da muss man sich halt überlegen, ob es sich halt wirklich noch rentiert. Ich habe jetzt noch einen weiteren Schar hier auf Equin, mit dem ich halt ja Inji-Sachen Verkauf unter anderem, bloß bei dem ist halt das Problem, dass ich da das ganze Gold aus dem Postkasten genommen hatte schon und dementsprechend, um halt für das Bienenmauern zu investieren. Hier unten habe ich noch einen Schar, mit dem ich Inji-Zeugel unter anderem habe, aber der, da brauchen wir jetzt nicht drauf schauen, der hat tatsächlich, ist schon komplett ausgeplündert. Also der hat kein Gold tatsächlich. So, genauso sieht es dann hier mit Kautelar aus. Das ist mein VZ- und Schneider-Char, der hat auch kein Gold drauf, weil wie gesagt, ich habe ja hier auf Ereda die 600.000 Gold gehandelt. Da habe ich in der Mitte der Woche mal wirklich, ich habe alle Chars, die ich hatte, das Gold, was wir im Briefkasten hatten, rausgenommen, das Gold, was wir im Inventaten. Und es ging gerade so auf, dass ich die 600k zusammengekriegt habe, die ich dann auf Blackmore rübergetranst habe. Oder was nicht getranst, aber halt gehandelt habe, oder getauscht habe, besser gesagt. Ja, deswegen wird da jetzt auch nicht so viel im Postkasten sein. Aber, ich kann ja sagen, Ereda läuft trotzdem besser als Antonidas und wahrscheinlich sogar auch als Blackmore. Genau. Sudala. Jetzt gucken wir mal. Ladebalken dauern immer ein bisschen lang, weil ich die ganzen Addons tatsächlich alle drauf habe. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Das müsste jetzt mein Lederer und Schmiede-Char sein. Da bin ich jetzt gespannt. Also, wahrscheinlich ist das jetzt etwa die Einkünfte von einer halben Woche. Ja gut, 139k haben wir jetzt hier noch drin. Und wie gesagt, viel Gold ist halt nicht mehr auf den Chars, weil ich es leider tauschen müsste. Aber ihr müsst bedenken, 600k sind halt hier schon mal weggegangen aus dem Server. Aber die werde ich jetzt auf kurz oder lang, denke ich mal, wieder reinholen. Also, ja. Ich habe noch einen anderen Dude, der meinte, er wollte auch mal wieder was von Blackmore auf Ereda tauschen. Auch wieder Gold. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich da noch einen Deal. So, Tauschgeschäfte sind tatsächlich relativ lukrativ, weil man eigentlich nicht viel machen muss. Und wenn man eh auf den verschiedenen Servern die Chars hat, dann lohnt es sich. Und wenn man dann immer, ja, je nachdem, wie viel man nimmt an Prozenten, kann man halt durch sehr wenig Zeitaufwand sehr viel Gold machen. Braucht halt dann am besten auf vielen Servern Chars. Und das habe ich leider nicht, weil ich ja sehr viele Chars selber hochgelevelt habe und meine Slots einfach begrenzt sind. Ich habe ja 87 Chars alleine auf 120 gespielt. Und die sind größtenteils auf 4, 5, 6 Servern verteilt. Ich hatte zwar früher mal, als ich nur mehr Slots hatte, auf jedem deutschen Server oder auf jedem deutschen Server verbunden mal Chars. Aber das, ne, anhand der Maximalbegrenzung auf 50 auf einem Account kann ich halt mit zwei Accounts nur 100 Chars haben. Und deswegen fällt es leider flach. Sonst würde ich das tatsächlich auch machen mit dem Gold-Hin-und-Her-Traden. So kann ich es jetzt halt im kleinen Stil machen auf 4 Servern, wo ich jetzt halt das Gold rumliegen habe. Gut, dann haben wir jetzt hier tatsächlich den letzten Chart. Das ist der Inji und, ja, was hat er noch? Inschriftenkunde-Char. Da verkaufe ich halt noch ein paar Inji-Waffen. Und wenn es, ja, zusammen geht, auch noch ein paar von den Trinkets. Wobei, hier waren, glaube ich, die Dingspreise zu hoch, ne. Die Tintenpreise, da hat es sich nicht gelohnt. Also manchmal stelle ich die Sachen auch nicht her, wenn es sich preislich nicht rentiert. Gut, dann sind wir jetzt schlussendlich mit allen Chars durch. Wir sind jetzt insgesamt bei 12.890, das können wir in unsere Tabelle eintragen. 12.890 haben wir quasi hier über eine Million über Berufe Plus gemacht und da gut über 5 Millionen Plus gemacht. 5,5 heißt, wir sind bei einem Plus von insgesamt 6.664.000. Komm, 2K hätten wir noch mehr machen können, ne. Dann wäre es eine schöne Zahl gewesen, aber egal. Ja, dann sind wir insgesamt an Gold auf 34.931. Also knappe 35 Millionen haben wir jetzt. Ja, das ist eine gute Steigerung. Ich hätte, ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass ich die 5 Millionen noch knacken kann, dass ich da nochmal drüber komme. Die Woche lief aber tatsächlich sehr, sehr gut. Habe einige Aufträge, die jetzt auch schon länger anstanden, mal erledigt bekommen. Mal gucken. Also ich bin mir sicher, den nächsten 2 Wochen Zeitraum, da werde ich bei Weitem nicht mehr auf die Preise kommen. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht läuft es ja nochmal irgendwann besser. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Gold zusammen, um mir das Magic Roostack zu kaufen. Heißt, demnächst werde ich mir das mal holen und dann schauen wir mal, was mit dem Rest noch anfangen. Wird mir sicher noch was einfallen. Und ja, damit sind wir jetzt wieder durch mit dem kleinen Gold-Tagebuch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so an Gold-Methoden benutzt. Vielleicht kann ich da auch nochmal was rausziehen oder ihr konntet hier was rausziehen. Und ja, dann hat es mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.